Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für jetzt Donnerstag den 08.07.2021 und unser DAX hat hier noch ein schönes Blatt in der Hinterhand gehabt, hat sich daraus ordentlich nach oben ziehen können und die ganze Kiste einmal wieder umgedreht. Nichts, was man jetzt die letzten Tage kennt. Ich habe wahrgenommen, dass es vielen sogar gefallen hat, was er getan hat. Also dass sehr, sehr viele sogar hier jetzt eher oben raus den Guten haben wollten. Merkt man mal so ein bisschen an der Reaktion der Leute. Also wenn jemand dann so sagt, haha, der Markt ist gestiegen, du hast gesagt, es ist gefallen, dann ist derjenige in der Regel long positioniert und war vorher angespannt und dann platzt so diese diese Anspannung einfach raus, weil es halt hier unten echt so ein bisschen wackelig war. In der Regel haben diejenigen auch keinen Stopp drin und dann platzt das einfach raus aus den Leuten, weil die freuen sich dann. Andersrum hat man es unten genauso gesehen, die Short-Trenne waren, die waren ja unten super euphorisiert, super motiviert gewesen. Und dann zu den anderen gegenüber, die vorher gesagt haben, es steigt da, war doch klar, dass es fällt und so weiter. Von daher, wenn so viel Sicherheit, Unsicherheit, Spannung noch drin ist, ich glaube, dann würde wahrscheinlich das nicht besser machen, wie er das jetzt am Vortag unten gemacht hat, weil das ist jetzt wieder ganz klar ein Kaufsignal, muss man so sagen. Also es ist ein klares Signal oben raus. Wir kennen das aus den letzten Tagen, auch der gestrige Tag, auch der Handelstag jetzt hier nach oben. Der darf eigentlich jetzt niemanden richtig überrascht haben, weil der DAX hat nichts anderes gemacht, wie er eigentlich die letzten Tage immer wieder gemacht hat. Einfach das Signal wieder umgekippt halt. Ist da über die 6,50 und hat auch keinen Ansatz mal irgendwo geliefert, dass man da hätte mal überhaupt einen Short haben wollen halt. Also der ist ja komplett einfach gerade oben durchgestochen. Der hat die ganzen Rücklaufmarken direkt übersprungen. Ähm, selbst, selbst wenn ich persönlich da hätte Short gewollt oder Short gehen hätte wollen, ähm, dann hätte ich mir den Bereich hier geschnappt, ne? Da haben wir ja drüber gesprochen, dass er da noch reingehen kann. Aber der ist ja so gerade durchgestiegen, da hast du, da gab es nicht viele Ansatzpunkte. Also, von daher, gut ausgekontert, definitiv, Lage wieder geklärt, wieder Lage nach oben gedreht, aber nicht das erste Mal auch, dass wir so dastehen. Ne? Also, muss noch ein bisschen vorsichtig sein, ähm, so wie mir gegenüber jetzt aber aufgetreten wurde, eben weil die Analyse ja nach unten ging, und das ist meine Pflicht, wenn ein Trend bricht, wenn ein Dreieck nach unten bricht, dass ich eben auch sage, jetzt, Freunde, wenn er dann weiterfällt, das hat er nicht getan, wenn er dann weiterfällt, dann sind das und das die Ziele, dafür sollte aber hier drunter bleiben, sich abstoßen, bestenfalls gleich unter 5,50 bleiben, haben wir gesagt. Das war schon, das war schon in der ersten Minute nach 9 Uhr erkennbar, dass das nix wird, ne? Und, äh, ja, deswegen sprechen wir immer über beide Seiten halt, ne? Ne? Ähm, massiv Short aufbauen, die Möglichkeit gab es ja nicht, ne? So, und das heißt, ja, ich lasse es einfach so im Raum stehen, ähm, möchte es aber so spiegeln, weil ich werte das mal für mich persönlich noch recht stark, ne? Wie, wie treten die Leute auf? Weil das immer einen guten Indikator dafür gibt, ne? Wo, wo ist die Spannung, wo ist die, wo ist der Frost? Wo gibt's Geld zu holen? Und wenn jetzt hier oben raus die Gefühle rausplatzen, bei denen die Long positioniert sind, dann war das hier unten schon kurz vor Schmerz. Das heißt, wenn er sich nochmal nach runterlegt, wird's auch interessant halt, ne? Also, dann wird's wirklich interessant, weil es scheint ja offenbar ja doch welchen weh zu tun halt, ne? Jetzt hat er vielleicht nochmal ein paar Shorts rausbereinigt. Also, grundsätzlich, ja, wir haben ganz klar Kaufsignal, ähm, auch wenn der Morgen nach unten fällt, das ist trotzdem ein Kaufsignal. Ich kann das auch nicht ändern, ja? Da kann man sich schlüssig machen, wie man will, über das, was ich sage, aber wenn, wir müssen ja technisch bewerten, was wir sehen, und technisch gesehen ist das ein Kaufsignal. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist einfach so. Deswegen heißt das aber nicht, dass der DAX auch 100% garantiert jetzt steigen und durchsteigen muss. Das hat er uns die letzten Tage immer wieder gesagt, und dem einen oder anderen scheint das ein bisschen schwer zu fallen da, ein bisschen zu unterscheiden, okay, was ist Analyse, ähm, was ist, was ist Marktbewegung? Und der Markt hat immer recht. Ich, ich kann nur bewerten, was ich sehe. Ne? Recht hat aber immer der Markt. Egal, was er macht. Und wenn er gar nichts macht, dann hat er trotzdem damit recht gehabt. Er, er gibt die Bewegung vor, wir versuchen ihr zu folgen. Und so, in den Momenten, wo er das macht, was wir haben wollten, das heißt, in dem Moment, wo er uns den Short-Trigger dann auch tatsächlich nach unten umlegt, geben wir Short. In dem Moment, wo er harte, grüne Kerzen nach oben stellt, dann nicht. Dann muss man sich nicht hinstellen und sagen, hey, hey, Martin, du hast mit deinem Short nicht recht gehabt, weil ich hab ja auch nichts dran verloren halt, ne? Ja, ich hab da kein Short gezündet. Mach ich auch nicht. Ja, wenn ich so harte, grüne Kerzen sehe, ich bin da nicht long gegangen, ja. Aber ihr habt da auch nicht das Short durchgesessen, ne? Also das, das solltet ihr auch nicht, Freunde, ne? Ja, hier ist es jetzt natürlich so, er triggert jetzt hier long an, ne? Also das ist ganz klar, das Antriggern für long, das ist auch ein Kaufsignal. Das war gestern noch nicht hier. Hier konnte man gestern noch nicht sagen, dass er unterm Trigger durchgesst. Es sah gut aus, aber er war noch nicht durch. Ne? Und jetzt ist er aber hier über den Trigger, aktiviert sich das, hat die 67 rausgenommen, äh, die 670 rausgenommen, die 700 rausgenommen und im Grunde wäre jetzt der Weg frei bis 87 und 49. Das ist das Bewegungsspielraum oder der Bewegungsspielraum, den wir oben haben. Aber passt ein bisschen auf, ne? Weil das, was ich euch wieder gespiegelt habe, wie die Leute, ähm, die longen Positionen halten, wie selbstsicher die aufgetreten ist, das ist sehr ähnlich dem, wie diejenigen aufgetreten sind, die hier short waren. Ja, die sind auch sehr übermütig gewesen, sehr euphorisch gewesen. Ja, und schupt die Wuppel, die ganze Kiste wieder umgedreht. Jetzt sehen wir das gleich ein bisschen andersrum, ähm, von daher würde ich, würde ich ein bisschen aufpassen. Ich könnte mir zum Beispiel zum Donnerstag jetzt sowas vorstellen, dass wir hier nochmal ein bisschen nach oben arbeiten, vielleicht sogar das hoch überbieten, die 755, da einmal drüber stechen, vielleicht sogar ein Allzeithoch setzen und dann hartdruckrote Kerzen werfen und komplett bis unten durchschnageln. Komplett bis unten durchschnageln heißt dann aber nicht wieder bis zu dem Tief, das wird er zum Donnerstag nicht schaffen. Was er aber zum Donnerstag schaffen kann, ist eine 6,60 und auch eine 5,50. Ja, also das halte ich schon für realistisch, ähm, dass der, dass der sich bis zur 600, selbst wenn der hier oben drüber schlägt, wieder runterhauen kann. Ja, und da sollte man schon aufpassen, gerade wenn er ein neues hochsetzt und das wieder abverkauft wird, ähm, wäre das direkt schon ab der ersten roten Stunde Kerze, die vom Allzeithoch wegdrückt oder von einer 7,80 nach unten hart wegdrückt, wäre das schon das erste Verkaufssignal, was dann eben auch richtig nach unten drücken kann. Ansonsten kommen keine roten Kerzen, darf er oben raussteigen, darf man auch an Long festhalten. Würde ich auch Long nicht weggeben, wenn ich welchen drin hätte. Ja, wenn er oben weiter steigt, dann liefert er grüne Kerzen an, bringt er aufwärts, macht das Geld nicht zu, bringt grüne Stundenkerzen, bleibt aktiv, macht nur so flache Scheiße zur Seite, ohne dass da irgendwie ein bisschen Druck reinkommt. Bleibt dir ganz ruhig liegen, also diese Ruhe ist ganz wichtig, wenn er weiter steigen will. Dann steigt er auch bis 87, dann steigt er auch vielleicht so bis 49 durch, gleich bis in den Freitag rein. In der Regel haben wir aber das, was wir jetzt sehen, eher andersrum die letzten Wochen gehabt. Ja, da hat er eher zum Mittwoch, Donnerstag das tief gemacht und ist dann gestiegen. Jetzt macht er einen hoch zum Mittwoch. Also da muss man ein bisschen, ein bisschen, schon ein bisschen aufpassen. Einfach aus Reflex der letzten Wochen, genauso wie wir es gestern auch gesagt haben, wobei es gestern halt scheiße schwer greifbar war, aber das haben wir alle kommen sehen. Also, was heißt kommen sehen, wir haben es alle gewusst, dass der schwer greifbar hier oben wird, dass er aber so schnell durchstieg, da war, das war einfach zu viel, zu schnell, zu schnell, was da hochkam. Das war nicht, das hat sich nicht Short angeboten halt, ne. Das ist einfach durch und demzufolge konnten sich die Verkäufer wieder nicht positionieren, das Ding wieder nicht umdrehen, nicht unten weiterführen. Punkt für die Bullen, ganz klar, ist ein Kaufsignal. Okay, bleibt trotzdem ein bisschen vorsichtig, mag der unentschlossen nach wie vor, auch wenn er jetzt stark wieder ausgekontert hat, ne, haben wir in den letzten Wochen Tag oft gesehen, dass es stark ausgekontert wurde, es hieß aber nicht, dass es am nächsten Tag auch weitergeht, ne, behaltet das ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, achtet auf die Ruhe, aber wenn hier viele rote Kerzen kommen, oder harte rote Kerzen, lange rote Kerzen, rote Stundenkerzen, die länger sind, als die grünen, die vorher kamen, dann würde ich aufpassen, dann würde ich vielleicht sogar zum Short greifen, trotz, dass hier ein Kaufsignal entstanden ist, und dann eben über dem Hoch absichern, und durchaus hier in dem Bereich 620, 600 ziehen, ne, weil der ist von oben erreichbar. Ja, ja, das soweit dazu, sollte der 620, 600 auch so nochmal anlaufen, das ist eine Unterstützung, die kann nochmal gut nach oben drehen, tiefer wird er wahrscheinlich direkt zur 550 durchkreist, und ich glaube, dann macht er auch die 550, ob das am Donnerstag aber klappt, da müsste schon auch nachrichtenseitig ein bisschen Impulse kommen, die ihn einfach antreiben, ähm, wird schwieriger, wird schwieriger, ne, aber erinnert euch an die ganzen letzten Tage, der, der Tag perfekt, das gemacht, was wir die ganzen letzten Tage, genau das gemacht, was nicht sollte, ne, haben gesagt, über 650 würde ich nicht mehr sehen, genau das hat er gemacht, der Idiot, halt, ne, also, Punkt, das ist so, das ist so, okay, also, wir haben ein Kaufsignal, wir haben Ziele 87, wir haben Ziele 49, bleibt die grün, bleibt der flach, bleibt der stabil, kann er die erreichen, seid aber bitte vorsichtig, nicht, dass es dann wieder heißt, wenn der dann am Freitag, äh, am Donnerstagabend bei 5,15 steht, nicht, dass es dann heißt, ne, Martin, du hast gesagt, es ist ein Kaufsignal, äh, was sind das für eine scheiß Analyse gewesen, halt, ne, guckte wirklich, der Markt hat recht, immer, und das ist scheißegal, was ich sage, der Markt hat recht, das heißt, wenn der einen Flitzbeep kriegt, und er drückt sich da irgendwo, und wenn es nicht bei 87 ist, sondern bei 67, und er drückt sich eine harte, fette, richtig blutige, rote Stundenkasse rein, na, dann muss ich vorsichtig werden, und vielleicht auch zu einem Short greifen, weil dann steht er schnell unten wieder bei 6,20, 600, das ist ein Bereich, den können wir identifizieren, als gute Unterstützung, ähm, wir können den Bereich hier oben gut, äh, identifizieren, 87 und, äh, die 800, ne, die Allzeithochs, leicht erreichbar jetzt, leicht erreichbar, ja, und von daher würde mich sowas nicht wundern, wie einfach mal drüber stellen, da oben, 800, bisschen flach zur Seite, 1, 2, 3 Stunden, und dann wieder volle Möhre zurück, sowas würde mich nicht wundern, ja, aber grundsätzlich, er kann auch durchziehen halt, ne, deswegen, für einen Short würde ich persönlich auf jeden Fall eine rote Stundenkerze abwarten, eine richtig harte rote Stundenkerze, vorher würde ich da nicht Short drin rumfuchteln, weil im Zweifel läuft er halt oben durch, ne, so würde ich rangehen, und was ich aber auch mir vorstellen könnte, ist, dass wenn der richtig nach unten durchpackt, wie so ein Idiot, und er drückt sich hier unten, dann aber so eine fette, lange Grüne rein, dann darf er vielleicht auch nochmal einen Long probieren, weil wahrscheinlich läuft er dann auch wieder die ganze Strecke zurück, das ist für einen Donnerstag recht üblich im DAX, das ist dieses starke Hin und Her, diese Volatilität, dieses Aufschaukeln, ne, aber trotzdem versucht ein bisschen die Emotionen rauszunehmen, das ist für mich manchmal ein bisschen anstrengend dann auch, ne, wenn man versuchen muss, die Leute zu bremsen, abzufangen, ähm, aber am Ende ist es menschlich, das gehört überall dazu, es ist auch bei mir so, ähm, manchmal wäre ich auch ein bisschen, äh, freudig, ja, und manchmal, ähm, er kriegt mich ein bisschen über ihr hin, na, einfach, wenn ich, wenn ich denke, der löst endlich mal hier diese scheiß Seitwärtsphase auf, und dann drückt er sich doch wieder nur rein, dann sind sich auch ein bisschen da und denken, ach du Blödvieh, das gehört halt dazu, ähm, aber es macht es wir manchmal ein bisschen schwieriger, die Leute so ein bisschen anzufangen, ähm, ja, gut, okay, also wir haben über alles gesprochen, wissen, dass das eine starke Vorstellung war, wir haben im Kopf, dass die letzten Tage starke Vorstellungen nicht immer für einen folgegrünen Tag gesorgt haben, wissen, worauf wir achten sollen, damit wir den Folgetag erkennen, wir wissen auch, woran wir erkennen, hey, wenn es doch plötzlich in die andere Richtung geht, na, jetzt muss man sich auf der Stunde ein bisschen orientiert wissen, wo es dann hingehen kann, na, 600, 620, dass die stabilisieren und wieder aufdrehen kann, sollte die aber brechen, wissen wir auch, dass es gleich bis 55 oder sogar 515 durchgereicht werden kann, von daher sind wir, denke ich mal, ganz gut aufgestellt, ganz egal, was er macht, sollte jemand sich mit den Marken und den Bereichen, die wir hier haben, eigentlich dann trotzdem, ähm, sich gut orientieren können, ne, dafür sind die Marken zu markant und immer wieder auffällig, jetzt auch genau die gleichen Sachen, die er anläuft, ja, es ist, er klemmt ein bisschen fest gerade, der Gute, aber es steht eine Auflösung bevor, oben oder unten, das werden wir sehen, wahrscheinlich kann der Donnerstag schon entscheiden, wenn er jetzt nämlich nach oben durchzieht, dann hat er gute Karten oben auch nachhaltig rauszukommen, auch zum Freitag noch weiter zu steigen dann halt, ne, ne, jetzt aber zum Donnerstag wieder das Ding nur zurückschubst, ja, dann erzählen wir das gleiche wieder, ja, so lange bis er raus ist, so lange bis er raus ist, daher mache ich hier zu, ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen nochmal für das Video dann zum Freitag, bis dahin, viel Erfolg, Tschüss!